Gute Gründe für eine Lehre bei der Kiba. Ciao zusammen, ich bin Noah. Ich mache meine Lehre als Logistiker bei der Firma Kiba. Mir macht der Auftrag bereit. Mit dem ersten Auftrag fange ich mein Tag an. Meine Aufgabe ist es, Material bereit zu machen. Von der Schraube über den Fugen schneiden bis zur Stahlplatte. So viele Schritte du machst, kannst du das Fitness auch zu Hause lassen. Ich arbeite bei der Kiba, weil es vielfältig ist. Es hat viele verschiedene Arbeiten und ein cooles Team. Genug gesehen, Bock mit uns zu arbeiten?